Doch, heiligabend. Freude ist Weihnachten, da 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 da. Es ist zehn nach fünf. Die ist immer so, kann man nichts sagen machen. Es tanzt hier an heiligabend, dass sie im Zehner rücken wird. Es ist total nervig, wenn du ständig abgebrochen bist. Du bist total nervig. Du filmst nicht. Ja, das ist ja eine Scherung. Ach, ich dachte schon, das ist ja auch schon wieder. Ah. Ich stell dir schon mal hin. Kommt was. Oh. Dann löse dich mal von deinem Handy. Und jetzt wollen wir mal horchen. Was finde ich denn da? Ja, ich habe keine Dichte. Dann gibt es auch keine Geschenke. Dann nehmen wir die wieder mit. Also, irgendein Vortrag. Das ist ja ein Vortrag. Das habe ich vorgemacht, dieses Mal. Ja, wenn ich jetzt nicht so habe, dann muss ich die Karte. Egal. Ja, Pappen. Dann bin ich nicht gekommen. Ist doch alle die Karte. Ja, streck jetzt eine Karte. So. Und Tänzchen? 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 Oder so. Was machst du? Nö, das ist doch nichts. Ja. Ein bisschen mal. Ein bisschen kleine Anstrengung. Magische Kälte. Äh. Wo ist Weihnachtszeit? Das kann ich nicht. Danke schön. Danke schön. Komm ja nicht so nah. Das ist nur was hier. Aber weiß ich kann nicht. Oh. Mag, die Kabel an. Ich musste wegen der Bücher an. Hier ist immer noch ein Kutcher. Und die haben eine Kutcher, ne? Oh, das ist ja eigentlich eher mit der Zielfarbe. Ja, erst mal so als Ersatzverlegte Kotte. Das hab ich aber im Hinterkopf. Ich arbeite mich hoch, also nehme ich jetzt wenigstens leid. Ja, kiek mal. Kiek mal. Wenn man irgendwo hingeht, hier zum Beispiel, oder so wie heute feiern, oder Ostern, Weihnachten, Geburtstag, da, ne, nimmt man nicht die Tasche zu. Papa, guck. Ja. Ich hab doch auch das hier. Ja, sowas ist aber nur so. Wir haben ja keine Kino. Und das gehört zur Hygiene dazu. Dass man richtige Taschentücher hat. Gut, ok. So. 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 Du, passt doch mal auf. Ich muss jetzt mal ein paar kleine. Ja. Danke schön. 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 Hat der Typ das Patent darauf eigentlich bekommen? Und wie dreht sich das? Ja, es dreht sich gut. Ich habe noch eins. Da haben wir noch was gefunden. Das sieht nach einem Buch aus. Falsch. Naja, das hast du eh nicht wie das andere. Aber eben alle anderen Varianten. Wo hab ich das gemacht? Ach so. Das Lateinische Jahrtausend. Was ist das? Das ist von 1974. Was von 1974? Ich glaube ja. Dabei war ich gerade dabei, den zu lösen. Und der Wecker ist cool. Ja, im Großen und Ganzen ist er schon ein lieber Sohn. Obwohl er manchmal frech ist. Die Schule auch gut ist? Ja doch, er hebt sich Mühe. Das ist immer schwerer. Die Socken hat er ja immer noch. Ja, die zieht er gerne an. Die habe ich auch noch. Ohne Decke natürlich. Oh Gott. Wie schön. Ach, das ist für mich. Ja, sie erfüllen. Ja, das ist ein Bügel. Kann. Kann. Soll ich ihr helfen? Nein. Also euch betet zusammen, Krieg so nicht, wof leider. Ich glaube, ich werde ihn mir nur in das Zimmer stellen, wenn ich bin sucht, dass jemand denkt, ich wäre schlau oder so. Warte, warte, warte. Ich würde es machen. Nein. Ich würde ihm nur helfen. Den hält schon bloß fest, Mutti. Okay. Boah! Ich weiß, ob ich das nicht räumen muss. Wie ist denn, hast du was zu tun, was du mir da lesen kannst? Das ist ja ein Energieteil. Ich will das selber fahren, hast du gerade gesucht. Ich freue mich nicht. Das ist ja schön. Danke. Da ist Hessen. Und das ist das Wichtigste, dass ich dann auf dem ganzen Klo muss. Martian, wo mache ich denn die Lupe haben? Vorsicht, musst du auch aufschneiden. Warte, ne, gib dir ein Messer. Ne, Marc. Oh, das ist aber viel, was du nicht kriegst. Das hat ja für zwei Weihnachten gereicht, oder? Oh, und die Pfiffchen. Nicht auseinanderreißen. Riecht doch, Mensch, also wehste. Ich bin ja fast unfähig. Oh, das findet nichts. Welches Kabel? Welches Kabel? Hä? Das Kabel, was hier drin ist. Ist nicht dran, logischerweise. Ja, das ist ja ein Teleport. Ich habe alles recht, ja. Habe ich mir die Bühne rausgekriegen? Na ja. Das ist weg. Der Kollege Schöner, und der hat auch eine andere Ansicht. Das Ding hat immer eine kartografische und immer eine geografische Ansicht eigentlich. Stimmt das? Wenn du Licht anmachst, hat es eine andere Ansicht als, mach mal aus. Was? Und jetzt soll ich... Na? Ne, du nicht. Dann müsste doch ne... Dann haut er ja nicht hin. Was? Die geografische... Vergrüßt ihr in der Hause? Dann kann man ja auch was. Da ist ja auch was. Da ist ja auch was. Da ist ja auch was. Bitteschön. Weil du so fleißig warst jetzt in diesen Schöner schauen. Bleißig? Das auch noch. Schokolade? Ja, ich weiß. Schokolade? Schokolade? Ich mag Schokolade. Schokolade? Schokolade? Die Tasse? Wo ist die hier? Eins nach dem anderen jetzt. Oh Gott. Wieso? Oh Gott. Ist das cool. Hier. Ja. Ja. Was ist denn das? Hä? Was ist das? Ach scheiße. Ist rausgefahren. Das ist heute zu schön gebastelt. Moment. Das ist ja richtig erwachsen aus hier. Was ist denn das? Okay, jetzt nicht. Das ist eine Münze. Ja. Die sind echt. Das sind echte römische Münzen aus dem römischen Kaiserreich von 300... 365. Da muss ich nochmal aus dem Internet aufschreiben. Valencianos und... ach wie ist ich wie die andere... Konstantinius. Also aus drei... Also aus drei... Also aus drei... Also aus drei... Also das eine ist von 364. Ist das wirklich die echte Münzen? Ja. Wusste ich ja nicht, dass man so was gekappt hat. Der hat das andere recherchiert. Nun komm auf die Münzen. Wenn die nicht teuer sein müssen. Die sind ja aus Silber. Die Bronze und Silber Münzen. Die sind richtig teuer. Aber da die jetzt nicht... Die sind auch nicht so super erhalten. Man findet es ja... Nö, das ist nicht so. Doch. Englische Namen. Piet. Jona. Justin. Kevin. Und Ui. Helena. Nico. Louis. Ich bin mal. Hallo.